Es ist egal, ob du Geld hast, ich hab nämlich keinen. Es ist egal, ob du nen Mann hast, ich hab nämlich keinen. Es ist egal, ob du groß bist oder ein bisschen klein, nur eines ist mir wichtig, du musst echt sein. Nicht plattgezogen von Chirurgen, operiert und karlrasiert, ganz ohne Silikon. Verbogen, die Nase vollgradiert mit echten Wimpern, echten Nägeln, echten Brüsten, echten Hüften. Keine angelegten Ohren, nur für mich zum Zugebohren. Es ist egal, ob du Jazz magst oder Tokio Hotel. Es ist egal, ob du laut kummst, wichtig, du kummst schnell. Es ist egal, ob du Warzen hast oder ein Überbein, nur eines ist mir wichtig, du musst echt sein. Ganz ohne Botox, ohne Peel, die dein Gesicht total verhüllen. Ob Mutter mag, ob Flecken, die brauchst du nicht verstecken. Einen Laser sahst du nie, nur eine Star-Wars-Trilogie verplatzte Pobaken an Stellen, Stellen, die dich voll entstellen. Meine Damen und Herren, Fabi! Es ist egal, ob du Susanne heißt, Emma oder Klaus. Es ist egal, was du für Kleider drehst, ich zieh sie dir ja aus. Es ist egal, ob du versaut bist, denn ich bin ein Schwein. Nur eines ist mir wichtig, du musst echt sein. Ich hab den Text vergessen. Schau mir doch. Ich muss die Strophe nochmal anfangen. Am der Gitarre für Sie, Fabi! Der Applaus ist schon viel lauter geworden, automatisch. Passiert manchmal, das ist live, ja, live. Wir sind heute live, das gibt es ja nicht so oft. Das Gitarren-Solo war leider nicht live, aber das muss ja nicht jeder wissen. Es ist egal, ob du Petra heißt, Margarete oder Klaus. Es ist egal, was du für Kleider drehst, ihr wisst ja, ich zieh sie gerne aus. Es ist egal, ob du versaut bist, denn ich bin ein Schwein. Nur eines ist mir wichtig, na was? Du musst echt sein, ja, nicht getunt und nicht gepimpt, dass die Modelfranze stimmt. Ein paar Stoppen an den Achsen, an den Beinen, ganz fein Fronsen, keinen hergesaugten Bauch. Schwingte Hintern oder auch keinen implantierten Mist, der nur beim Wolltken sichtbar ist. Ihr Frauen stellt euch endlich auf die echten Männer ein, denn auch ihr wollt keine Wachs. Wir rufen zum Mann ganz allein, aufgepumpte Anabolika, Patienten im Haus. Ja, gehen Sie mal nicht, das Fläschchen, gehen Sie nicht aus dem Haus. Wir sind Anabolik in Gefahr, das muss jeder selbst entscheiden. Ohne sich mit Bräuchskräven den Hintern einzureiben. Wir sind alle keine Götter und das ist mir recht. Und ich hoffe, ihr liebes Publikum, ihr seid echt.